Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz recht herzlich hier aus Uagadugu. Vielleicht sehen Sie jetzt auch, nichts kann sein, die Technik schreibt voran, die Bildqualität wird immer toller. Ja, das ist hier mein Lieblingsterrain. Wenn ich jetzt noch weiß, da oben ist noch für mich der Ort, wo dann, was weiß ich, ausgebildet wird, musiziert wird, ich wohnt wird, das ist ja unglaublich, da bin ich ja im Traumland, ist das super. Wenn du mal von Google runterkommst, dann siehst du die Stadt und siehst hier meinetwegen unser Theater. Ich habe ein echtes Anliegen, dass Christoph in seiner Zukunft, in seiner jetzigen Zukunft, ganz lange lebt, dass man den immer hört und sieht, ich möchte, dass das weiterlebt. Christoph ist nicht mehr da, aber die Reise geht weiter, sein Projekt geht weiter. Er hat eine Vision gehabt, die uns zusammengebracht hat und die uns nie wieder loslässt. Ich werde eine Gang gründen und dann werde ich hier malen, wir werden alles voll spülen. Ich zeige Ihnen jetzt meine Schule, hier werde ich zur Schule gehen und sauber gehen. Oder? Oh, das war so. Der Weg ist für uns, dass uns auf uns veift beistet? Those, wie wir uns sehen, wir uns sehen? Der Weg ist für uns, was wir machen? Dann kommen wir auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020